Next time! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Omzi 2 der Omibus Nominator Wir fahren im Rheinhausen Addon mit dem Update Wir fahren die Liga 15 von Opel auf zum zum Rheinhauer mit dem MN A21 Aber ich habe jetzt die richtige Nummer genommen Ähm, ja, äh Fahren wir los denn, äh Oh Man sollte ja auch den Gang rausnehmen wenn man schon, äh, Busbereitsteine tut Oh Das war die verkehrte Heiztefüge, warte, ne Hä? Äh, ach Ich habe ja gerade durch Druckluft nachgetankt Was ist denn los hier? Äh Äh Warte, ich mache nochmal die Züren offen hier Äh, okay Dann halt nochmal ein bisschen Druckluft nachtanken Wir fahren natürlich mit dem Morphe Sound Update Wir fahren den NL 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Äh, ich, äh Ja, ich bin heute halt ein bisschen verwirrt Hallo 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 Guten Tag Guten Tag Tag Was soll ich jetzt noch die Automatik noch einschalten Und diesmal lasse ich den, äh, äh, die Laterne dort stehen Nicht so wie bei der, äh, ein Aufnahme, die ich wegschweißen musste Wo ich, äh, noch eine Folge gerendet habe Wo ich, äh, die Rotatelle weggeschwissen habe Hehehehe Das war natürlich dann nicht so geil Aber gut, äh, diesmal passe ich auf Und ich fahre natürlich die Volt Variante Äh, dann die mal hier, äh, in der Stadt Ja, das ist die ZF Variante Ah, das ist, mal fahren wir dann auch wieder ZF Und dann wahrscheinlich auch wieder mit dem Citaro Hallo Hallöchen Oh, was gibt's denn Neues, äh, in der Zwischenzeit, wo ich jetzt so gut wie ich fast keinen Lesbe hochgeladen habe Nächste Haltestelle Äh, an der FS Holt euch mal wieder Danke Ähm, ist das, äh, Doppelgelenk, wo es, äh, ab, ähm, ab, das wollte ich schon sagen Und dann rausgekommen Der ADD Äh, AGG Nicht ADD Äh, AGG Von Funhole Ich werde jetzt, ähm, hier zwar zulegen können Hallo Hallo Ich werde die weg kaufen Allerdings, äh, wird das dann wohl erst nächstes Jahr der Fall sein, dass ich, dass ihr den hier in meinem Lesbeck sehen werdet, keinen mehr Motor, den ich kaufen Es ist halt im Dezember, der Schenkel und so, ne? So, jetzt zu dem Doppelgelenkbus ist ja dann auch das Gangstück der Solo gekommen. Der wird dann natürlich auch, glaube ich, bessere Verwendung finden als der Gelenkbus. Oh, warte, geht die da draus? Nein. Guten Tag. Äh, natürlich. Oh. Huch. Krass, ein bisschen verdreht. Oh, ich hasse das. Aber gut, ja, ich wusste, dass da jemand draus wollte. Und ich halte mal das Rollo-Rolle zu. Ach, der lässt uns auch raus. Das ist nett. Und was auch... Och, nö. Oh. Was in der Zwischenzeit dann auch passiert ist, ist halt eben, dass der Arbeitsspeicher jetzt auch noch dazugekommen ist. Also ich habe hier 16 Gigabyte. Nächste Haltestelle. Allerdings, äh, wird sich doch irgendwann noch was ändern ist. Ja. Vielleicht. Weiß aber nicht. Wie es dann aussieht. Vielleicht dann wahrscheinlich dann vielleicht irgendwie einen neuen PC zusammenstellen oder so. Mal sehen. Guten Tag. Aber alles zu seiner Zeit. Ja, das ist ja immer die Weihnachtszeit. Wobei ich mir... nicht so in die Stimmung komme im Moment. nicht guter Helm da dran ist. Anders. Der Schnee fehlt. Andererseits. Äh. Die... Geschenke sind zwar... darin. Ich mach auch viel selbst. Und eine besondere Person wird auch, äh... gut beschenkt werden. Habe ich was jetzt gemacht, denn ich möchte keine Geldgeschenke. Beziehungsweise keine Geschenke, die was kosten. Ist okay für mich. Aber egal. Das gehöre ich jetzt hier nicht hin. Äh... So ein Neuschloss. Ich gucke mal, was ist da oben. Warum sie hier? Entschuldigung muss. so viele einfache. Objekten, ähm... Projekt... Hallo? Geht das euch gut hier? Wir haben Vorfahrt. Äh... Äh... Zudem habe ich so viele Projektideen die ich gerne umsetzen möchte allerdings äh... bin ich satt und was für ein Projekt soll ich rausfallen Zudem... will ich ja Silly Skylights ja auch vorsetzen das ist ja äh... ist zwar gerade eine Wache kann aber sein, dass ich noch nicht so viel Folgen aufgenommen habe Ach man ey, dieses Scheiß schade ich das halt eben aus dass er komischerweise immer bei mir auftritt dass ähm... das ABS mir da eine schlichtige Rechnung macht Nächste Haltestelle Rheinstraße Betriebshof Hallo Onsi jetzt berücksicht mal danke Okay Das ist dann wenn ich nochmal den Wiebeampel Äh... Trotz dessen Gewalt ja... ist... auch nicht... leider immer noch... Ach... kann ich leider immer noch nicht jetzt playen Ah gut das liegt dann wahrscheinlich dann doch eher in Omsicht Ähm... Guten Tag Uhhh... 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 Miss Ampel Hättest du nicht noch grün bleiben können Und dann räumen wir halt eben noch dahin Ist ja auch nicht so wild Wobei... wir auch so noch stehen müssen Ähm... Ja, von Gott da kommen auch die äh... Folgen sowieso Ein bisschen unregelmäßig da ich auch noch Magix die neue Version installiert habe Und ich da mit dem Rinder noch zurecht kommen muss Vor allem was das Einstellen betrifft Es wird noch nicht so ganz Merkt man gerade dann bei ETS Wenn dann Mario die Datei auf einmal über 1 GB groß ist Und... 1,3 GB Ich weiß... Kann ich dich hochladen Das sind 9 Stunden die hochladen müssen Und... Nein Ich verstehe nicht dass... Äh... Moment Äh... 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 Anhalten... 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 Ah... Also ich mach dich jetzt mal an Weiß ja nicht Wenn man sie nochmal braucht Hallo... 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 Auch der C2 soll hier ähm... Update bekommen haben Ich habe es mir noch nicht angesehen Ich werde es mir dann mal... Auf... Nein... Auf mal anschauen und... Dann bei der nächsten Aufnahme dann... Bescheid geben Mal darüber berichten... Mal darüber berichten... Nächste Haltestelle... Hauptbahnhof... Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr... Zur S-Bahn... Und zur Stadtbahn... Leck, 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 leck... Leck, leck, leck... Äh... Auch mit Aufnehmen... Hallo... Oh... Hallo... Ich werde die zu offen machen... Nicht... äh... zu machen... Ja... Ansonsten gibt es momentan nicht so viel zu berichten... Ich bin auch momentan nicht so oft im Omsifon... Doch... ähm... Es gibt's... Ein Bus... Den möchte ich allerdings erst dann zeigen... Weiß ich, ob er schon... Unterlagbar ist... Das müsste ich doch mal nachschauen... Oh...